Ronaldo ist einer der besten Spieler der Welt. Selbstverständlich werden wir ein extra Auge auf ihn werfen. Gleichzeitig hat Portugal aber viel individuelle Klasse. Wir müssen gegen das ganze Team spielen. Nur so können wir Ronaldo stoppen. Ich würde nicht weinen, wenn Ronaldo nicht auf dem Platz stünde. Portugal ist schon so gut genug. Ich habe schon häufig gesagt, dass ich Schauspiel auf dem Platz nicht mag. Der Meinung bin ich schon lange. Ich finde, dass man solche Spieler sperren muss. Das ist einfach nur Schauspiel, wenn man einen Minischlag abbekommt. Man will damit den Schiedsrichter beeinflussen, gelbe Karten zu zeigen. Suspendierungen würden dem Fußball gut tun. Ich rede aber nicht nur über Portugal. Das geht schon seit 30 Jahren überall so.